Hallo Kinder, wie versprochen gibt es heute die Auflösung unserer fünf Quizfragen von gestern. Ich bin mir ganz sicher, ihr konntet alle ganz einfach lösen. War ja auch nicht wirklich schwer, oder? Also, am 24. Dezember wurde Jesus Christus geboren. In einem Stall in Bethlehem. Seine Eltern waren Maria und Josef. Und welche Religion feiert das Weihnachtsfest? Das ist das Christentum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss!